Ja, der ARIX Vergütungsplan, wie kommst du im Marketingplan von ARIX ganz nach oben, wie kannst du deinen Verdienst maximal steigern, darum geht es und vor allem drei wichtige Dinge für dich als ARIX Vertriebspartner, wie du das erreichst. Zuerst einmal zu mir, ich komme aus dem Network Marketing, im siebten Monat hatte ich bereits 213.000 Monatsumsatz, also Gruppenvolumen, in zwei Jahren 800 direkte Partner gesponsert. Unten findest du ein Gratistraining, wie ich in 30 Tagen 110 neue Vertriebspartner gesponsert habe. Also der ARIX Vergütungsplan, Punkt Nummer 1, ist es einmal ein großer Fehler, die verschiedenen Boni zu lernen. Ich muss jetzt nochmal selber kontrollieren, weil es gibt so viele verschiedene Einkommeneinnahmemöglichkeiten. Wir haben bei ARIX neun Einnahmequellen und zwar wir haben den Einzelhandel, wir haben das Bonus Lead Team, wir haben die Basiskommissionen, wir haben das Bonus Matching, den Sparbonus, Einkommenspositionsbonus, Payline Bonus, Opportunity Rewards und die Vorteile vom Lifestyle. Das haben wir und ich sage dir, es ist ganz, ganz schwierig am Anfang diese Dinge zu verstehen. Die verschiedenen Boni und dann noch die verschiedenen Stufen etc. Und es ist absolut nicht notwendig, also ich kann dich wirklich entlasten, wenn du bei ARIX ganz nach oben kommen möchtest, also was meine ich mit nach oben, ich meine hier wirklich die Position Chair Position oder Chief Executive Officer, also wo wir sprechen von einem 40.000 Umsatzvolumen, ich habe ja gesagt, im siebten Monat hatte ich schon 213.000, das ist absolut erreichbar. Also lerne nicht die verschiedenen Boni, lerne nicht den Marketingplan in- und auswendig und vor allem deinen neuen Teampartner sollen das nicht tun. Wichtig ist, dass du hier die 72 Stunden Regel beachtest, also das hat mir sehr geholfen. Innerhalb von 72 Stunden sollten deine Partner die ersten Kunden und Partner generieren. Punkt Nummer 2 zum ARIX Vergütungsplan ist es kein Verkäufer zu sein. Es gibt ja verschiedenste Produkte, die du als ARIX Vertriebspartner verkaufen kannst und das ist auch ein Stück die Problematik. Du bist begeistert, du möchtest andere Leute begeistern, das ist aber ein relativ kurzfristiger Umsatz. Du kannst zwar natürlich hier durch den Einzelhandel und andere Boni Umsätze machen, aber wenn diese Kunden nicht mehr kaufen, ist dein Umsatz auch weg. Und du brauchst doch für die diversen Stufen, brauchst du nicht nur ein Payline Volume, also ein Geschäftsvolumen bei ARIX, sondern du brauchst natürlich auch die Linien. Und daran fehlt es manchmal, dass man zwar das Umsatzvolumen hat, aber die Linien nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass du von Anfang an wirklich Partner suchst. Also ich habe immer 80% meiner Zeit der Suche, der Gewinnung neuer Vertriebspartner. Also ich habe es dafür verwendet, jetzt fällt mir das Wort. Und das ist sehr, sehr gut. Und den bestehenden Partnern lernst du eigentlich drei Wörter. You call me. Du rufst mich an. Das heißt, du nimmst in die Verantwortung die Leute, die wirklich weiterkommen wollen bei ARIX im Vergütungsplan, denen hilfst du natürlich. Punkt 3, um wirklich ganz nach oben zu kommen im Vergütungsplan bei ARIX, ist das richtige Format zu wählen auf Facebook. Also grundsätzlich Facebook, ich habe mein ganzes Business mit Facebook aufgebaut, 100% nur mit Facebook, ohne der Namensliste, ohne Homepartys. Allerdings gibt es hier drei verschiedene Arten. Wir haben hier das private Profil, wir haben die Gruppen und die Facebook-Seiten. Bei den Facebook-Seiten ist es so, dass es für dich interessant, wenn du Werbeanzeigen schalten möchtest. Das habe ich nie gemacht. Ich habe alles mit sogenannter organischer Reichweite erreicht. Beim Profil, das ist schon besser. Hier haben wir allerdings die Problematik, dass wir es laut den Facebook-Nutzungsbedingungen nicht kommerziell nutzen dürfen. Das heißt, wenn du das machst und dich jemand meldet, riskierst du deinen Account. Und zusätzlich haben wir auch noch das Prinzip der aktiven Freundesliste. Das heißt, wenn du jetzt das Limit ausschöpfst mit 5000 Freunden, sehen deine Freunde nicht deine Postings. Nur, wenn sie innerhalb von 28 Tagen deine Inhalte konsumieren. Was du brauchst, ist spannende Inhalte. Bitte nicht über ARIX sprechen, sondern Leute zu dir ziehen, wenn du wissen möchtest, wie das genau geht unten. Was ist jetzt aber die beste Art? Die beste Art sind Gruppen, weil in Gruppen musst du die Freunde nicht pflegen. In Gruppen kannst du kommerziell unterwegs sein. Du hast eine massive Reichweite. Aber es gibt hier eine neue Art der Gruppen. Das heißt, es gibt ja private und öffentliche Gruppen, aber jetzt gibt es eine völlig neue Version, die du standardmäßig als ARIX-Partner bestimmt nicht aktiviert hast. Und wenn du wissen möchtest, wie das genau geht, dann hol dir unten ein Training. In 30 Tagen 110 Partner, dann erkläre ich dir das genau. Ja, aber es ist wichtig, dass du von Anfang an auf das richtige Format, auf das richtige Pferd setzt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei ARIX mit den verschiedenen Verdienstmöglichkeiten im Marketingplan. Schön, dass du da bist. Rock it. Bye, bye. Ciao. Ciao.